Hallo Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von One Piece Blond Blood und wir spielen heute die Geschichte von der guten Kaino den White Bear Geschichte haben ja durchgespielt in letzter Folge und was wollte noch kurz loswerden ist dass am Donnerstag ist kein pünktiges Video rausgekommen. Wieso? War ein Grund. Weil ich hab am Mittwo... Am Donnerstag, Entschuldigung, nicht Mittwo. Am Donnerstag ist kein Video rausgekommen. Wieso? Ich sage jetzt genau. Daran hat gelegen, ich habe am Donnerstag gesehen, dass dieses Video hat keine Musik. Also meine Stimme ist weg. Diese Musik, alles komplett. Wir sind nur Video ohne Musik. Ich sage, hm, Scheiße. Ich habe gesagt, ne lasse ich, mache ich, verarbeite ich neu. Und wahrscheinlich mache ich das neu. Weil irgendwas beim Videoschneiden ist irgendwas schief gelaufen. Und deswegen war kein Audio. Ja, versuche ich heute. Heute ist der Freitag. Heute versuche ich den nochmal machen. Wenn das geht, ist gut. Wenn das schon wieder zwei, dreimal wird passieren noch. Dann muss ich, ich habe keine andere Wahl. Mache ich irgendwelche Musik rein und dann lade ich so hoch rein. Aber ich will wirklich nicht so hoch machen. So. Wir sind aufhören zu labern. Schon zwei Minuten früher. Machen wir weiter meine Geschichte. Dann. Und dann wird es weitergehen. Dann wird es weitergehen. Dann wird es weitergehen. Ereis. Schroes. Ich bin, für die Israel. Ereis. 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 Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Naja, mit ihm haben wir noch nicht gespielt, ich hoffe ich werde so einfacher wie mit Whitebeer Dostendlich, das ist alles gut, wenn ich mich nicht wiederholen kann, das ist ja nicht so gut. Nichts so gut, dass ich mich nicht so gut aufzuhören. Dostendlich, wenn ich mich nicht so gut überlebt, ich habe mich nicht so gut, dass ich mich nicht so gut aufzuhören kann. Entweder wir uns das, oder? Die Kugel sind diejenigen und der Leuchten in der Hand im Kupf. Ich habe mich nicht so gut für mich, dass ich mich nicht zu gewinnen. Alter! Ja, ich hab zwar ein bisschen zu viel gespielt mit ihm. So, okay. Wiederholen wir nochmal. Ich weiß, das ist scheiße von mir. Okay. Was ist ja so? Denki noch ein bisschen. Wir fahren hier. Kuss mich. Nur. Was ist der Bütze reden? Schloss und Sonnenblatt Scheiße Jo, 20 Jo, pass 20.000 Stunden Akaino vor 2 Jahren Lippe ab Ok, und nächster ist der Abwehrmau Aktiv Ok Der Whitebeer wahrscheinlich angreift Glauben Glauben Whitebeer Wtf Wtf Shirohige Kaizok Wtf 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 Eins Wtf Wtf On Wtf 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 Was? Was war das? 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 Wo war das? Das ist eine Lauf-Ruhi-Geräusche. Oh oh. Jetzt sind wir hier. Das war es noch an. Das ist noch nicht sehr, wie der Lauf ist. Wow! Was ist das? Okay. Oh mein... Nice. Okay. Zeit um. Scheiße! Ich habe verloren. Ich habe so lange gespielt. Na geil. Weil ich wollte die alle Technik ausführen, die alle sind. Wow. Ich habe so lange gespielt. Ich habe so lange gespielt. Ich habe so lange gespielt. Wow! Wow! Und schon wieder habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Okay. Ich habe mich noch nicht vom Ende. Ich habe mich noch nicht auf den Weg mit dem kommen. Ich bin noch nicht auf sie, ich bin noch nicht auf sie. Ich bin noch nicht auf sie. Ah, scheiße, ich bin aus... Ich bin so bewacht. So, fertig, erledigt. Hosune! Ich bin so dumm, aber ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm! Ich bin so dumm, Marco! Ja, Marco! Du hast den Ralf gelegt, was du? So, Akaino. Ja. Karatsu. Äh, äh. Kar... Karasu. Entschuldigung. Juh! Juh! Akaino! Jatane! Äh, Entschuldigung. Zweimal habe ich falsch. Kizaru. Akaino. Kizaru. Ah. Okay, haben wir jetzt zwei Ziele. Darf vorne gehen? Kein Entkommen für der... Bruder. Okay. Ah, das wird schon Ende. Super. Hätte sie geschrien saulang weg. Piraten-Erklärung. Die Mauer. Die Mauer, wo ich nicht mehr Campus bin habe... Oh ja, der Kollege! Ich bin so dumm. Right, ich bin so dumm. Marco! Jo, geh Marco. Piraten erklären. Erklär ja. Ich kann es so gut auf Deutsch lesen. Ich verwechsle immer die allerjenige Buchstaben, die ich lesen sollte. Naja, egal. Und nach dem Reisen. Ja. Wachst du bei empez? Hatte ich dich. Sein Gutes mitz. Schatz zu bei etwas. Er�� съ聽st du bei etwas Sch vedere. Er... Mein Schatz zu bei etwas Schatz. Der ist echt nötig. Ja, das weißt du nicht. Der hat mich voll zu fertig gemacht. Nee, der hat nicht mit Gas. So, wiederholen. Alter, halt's ab. Das ist noch ein Gewalt. Ja, ich bin halt. Ja, ich bin halt. Ah, ich bin so疲れた. Nee, 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 nee. Was ist das? Was? Nein, ich hatte keinen... Fuck! War so gut, ich hab gedacht, ich hab vielleicht gewinne noch. Alter, war schon ein. Ich muss irgendwie reingehen. Nächste Folge wahrscheinlich machen wir besser. Masit nicht. Los geht's. Bei der Säger sind wir stehen. Was ist nett. Was ist ein? Was ist ein... Kamen? Wladen, ich bin fast. Was ist das? Das war's für heute. Marco, Marco, Marco. Geschockt! Ja! Ich gehe mit Marco, hab ich gewonnen, Alter. So, weiter geht's. So Leute, ich will sagen, das war's für die Folge und wir sehen uns nächstes Mal. Bis nächstes Mal und tschüssi. Ciao!